Ein episches Event steht uns bevor. Auf dem Red Rage Gaming Crew Channel. Aus allen Teilen des Landes treffen sich Fahrer, um mal wieder so richtig die Motoren aufrollen zu lassen. Bei Gratus Muschport und unserer Meisterschaft. Seid mit dabei bei unserem Turnier über drei Strecken. Es gibt viele Fahrer, aber es kann nur einen Gewinner geben. Und es gibt einen speziellen Preis für den Gewinner. Welchen Preis verrate ich euch beim Livestream. Also meldet euch über den Discord an. Wir fahren drei Rennen. Wir fangen an mit Spa. Danach kommt Interlagos und als Finale die 24 Stunden Rennstrecke des Nohook Rings. Das erste Rennen findet statt am Freitag, dem 5.02.2021. Also seid mit dabei und schreibt uns vorher auf den Discord. Da findet ihr auch alle Regeln und alle anderen Teilnehmer. Und ihr könnt euch schön mit denen austauschen. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Wir fahren 30 Minuten Crawling-Finding. Los geht's um 20 Uhr. Und danach eine Stunde Rennen im Livestream. Für alle, die einfach nur zuschauen wollen. Also, wenn ihr Bock habt, hängt euch in das Lenkrad. Das wird live auf YouTube übertragen. Und das Ding hier wird richtig, richtig abgehen. Ich hab da so Bock drauf. Tretet an gegen die Allerbesten der Besten. Auf dem Red Rage Gaming Crew Channel. Denn das hier ist die große Red Rage Racing Meisterschaft. Seid mit dabei und zeigt, dass ihr zu den Besten gehört. Wir sehen uns Freitag. Und bis denn, euer Dan.